Guten Tag, mein Name ist Joachim Kierig. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei Sprengnetter und zuständig für den Bereich Kreditwirtschaft. Wir haben ein großes Portfolio für Sie und verstehen uns als Ihr Sparringspartner im Bereich der Immobilienbewertung. Was heißt das? Wir liefern Ihnen nicht nur Produkte und stellen Ihnen nicht nur Dienstleistungen zur Verfügung, sondern wir beraten Sie dabei und begleiten Sie ganz eng, so dass Sie unsere Produkte und Dienstleistungen auch effizient einsetzen können. Wir bieten Ihnen gesamtheitliche Lösungen für Ihre Immobilienbewertungen. Unser Portfolio umfasst Software, Dienstleistungen, Marktdaten, Unterlagenbeschaffung, Fachverlagsprodukte, Aus- und Weiterbildung bis hin zur Zertifizierung Ihrer Gutachter. Stichwort Dienstleistungen. Wir verfügen über 800 qualifizierte Sachverständige. Einer davon ist Ihr Bewerter direkt vor Ort. Natürlich erheben wir unsere Daten digital und Sie erhalten sie sofort auf Ihrem Arbeitsplatz innerhalb kürzester Zeit. Digitale Dienstleistungen, digitale Produkte setzen digitale Daten voraus. Deswegen bauen wir seit vielen Jahren eine der größten Immobilienpreis-Datenbanken Deutschlands auf. In dieser Datenbank sind mittlerweile über eine Milliarde Objektinformationen gespeichert. Dazu zählen Kaufpreise, Angebotsdaten sämtlicher Portale Deutschlands und auch Angebotsmieten und viele, viele andere Informationen. Wir machen Ihre Immobilienbewertung digital. Was heißt das? Ein Beispiel. Unsere neueste App, wir nennen sie ImmoWare2Go. Eine White-Label-Lösung, mit der können Ihre Kunden oder Ihre Vertriebspartner ein Haus, ein x-beliebiges Haus in Deutschland fotografieren und bekommen sofort den Wert angezeigt. Stichwort Software. Hier möchte ich Sprengnetter One anführen. One, was heißt One? Ein System für Ihre komplette Immobilienbewertung. Mit nur ganz wenigen Klicks, vielleicht fünf Klicks, erhalten Sie eine Wertindikation. Oder Ihre Kreditsachbearbeiter mit einigen wenigen Klicks mehr eine komplette vereinfachte Wertermittlung. Oder Ihre Gutachter erstellen damit Ihre komplexen Gutachten für alle Immobilienarten in Deutschland und in Österreich. Stichwort Aus- und Weiterbildung. Wir sind der größte Aus- und Weiterbilder im Bereich der Immobilienbewertung in Deutschland. Jedes Jahr besuchen tausende von Seminarteilnehmern unsere Veranstaltungen. Viele von denen erlangen auch bei uns die Zertifizierung. Wir haben ein dreistufiges Zertifizierungssystem mit Bafin, anerkannten und DAX-akkreditierten Abschlüssen. Wir haben ein dreistufiges Zertifizierung mit Bafin.